Hallo YouTube und Anime Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Gavatrons. Gerade eben haben wir die Neuveröffentlichung von Mila Superstar ausgepackt, die verlinke ich euch mal hier oben. Und jetzt packen wir die Neuveröffentlichung von der Serie Tico, ein toller Freund aus, in der Komplettbox. Es gibt auch eine schicke Erstauflage mit zwei Boxen, die habe ich auch in meiner Sammlung. Aber da ist das Problem, falls ihr diese haben möchtet, eine von den beiden Boxen ist ausverkauft und die bekommt ihr meistens nur gebraucht oder sehr teuer. Und jetzt hat Halbcast im Anime eine Neuveröffentlichung veröffentlicht am 18.11. Und zwar diese hier. Und ich kann euch die Serie nur empfehlen, die ist echt schön. Ich habe die damals auf RT2 sehr gerne geguckt, weil es so eine Abenteuerserie ist mit dem Mädchen und dem Vater und der Crew unterhalb Tico. Und da gibt es auch einen traurigen Moment, der damals echt traurig für mich gewesen ist. Und diese Serie sollte man sich unbedingt mal angucken, falls man Anime-Klassiker mag oder Halbzeichentrickserien. Es hat sechs Jahren freigegeben, kommt auf acht DVDs. Und so sieht die Rückseite aus. Dann steht hier noch die liebevoll animierte Serie für die ganze Familie von den Lehrern, deren Studie Nippon Animation. Die kleine Prinzessin Sarah erscheint erstmalig als deutsche Gesamtedition. Dann haben wir eine Filmlänge von 831 Minuten. Bildformat ist 1,33,1. Das sind dann wieder rechts und links schwarze Balken. Aber jeder moderne Fernseher sollte das eigentlich beheben können, falls sich das stören sollte. Tonformat ist Logitech 2.0. Sprachen haben wir Deutsch, Extra, Trainer und Bildergalerie. Was mich aber hier stört, das habe ich auch schon mal in Mila am Boxing gesagt, wieso hat KSM Anime den Strichkont nicht auf die Folie gemacht, sondern auf der DVD-Hülle. Bei Mila geht das, weil das weiß und weiß ist, aber hier stört es mich schon sehr. Vielleicht kriegt es mit dem Föhn ab. Muss ich gucken. Animationsstil finde ich auch sehr schön. Ihr könnt euch mal um die Bilder angucken. So, gucken wir noch mal rein. Ich glaube die Box kostet so 39 Euro oder 37 Euro. Na, jetzt klingt das hier so ein bisschen. Das ist ein bisschen doof. Ich habe das noch extra vorbereitet. Ich muss das noch mal um ein bisschen schneiden. Ach, naja. Ein paar Rücksstände habe ich auf der Box. Bei Tico sehe ich das. Aber gut. Ja, so sieht die dann aus. Ah, ja, ich weiß, das sind immer diese Aufkleber, die man schwer abredet, glaube ich. Das ist erstmal. Aber das finde ich echt nicht gut. Muss ich ehrlich sagen. Das hätte ihr lieber auf der Folie machen, so ein KSM. Auch darunter habt ihr, ich denke, ihr habt ein Problem mit einem Strichcode, weil darunter ist auch der alte Strichcode, wie auf der, wie der immer halt auf dem Cover mit drauf ist. Aber, na gut. Gucken wir noch mal rein. So sehen die DVDs aus. Da haben auch immer verschiedene Charaktere und Bilder drauf. Zweimal das Blau in Blau gehalten, aber trotzdem. Ihr seht immer andere Motive. Das finde ich sehr gut. Dann sind die DVDs hoffentlich nicht. Ne, sie haben sie gut aufgeteilt. Hier zwei, da zwei, da zwei. So muss es sein. Und es gibt auch ein Wendecover, was ich auch sehr gut finde. Gehen wir den mal raus. Das habe ich jetzt bei mir der Superstar nicht gemacht. Seht ihr, da ist der Strichcode. Ich denke mal, der war fehlerhaft oder so. Ist das denselbe Nummer? Ne, ist auch eine andere Nummer. Vielleicht war da auch etwas, dass man den nicht scannen konnte. Das passiert leider mal bei Produkten. Haben wir auch bei uns in der Filiale manchmal bei anderen Produkten, dann geht das nicht. Entweder muss man den rausnehmen, weil der fehlerhaft ist oder es wird drübergeklebt. Ich denke mal, sowas hatte KSM auch. Ist doch jetzt nicht so mega schmer, aber es ist halt ein bisschen ärgert, weil es auf der Hülle ist. Aber weil es lieber auf der Hülle als auf dem Cover. Vielleicht kann man den auch so leicht empfinden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, tolle Serie. Habt ihr die damals gesehen? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten alle Infos, wie Trailer auch, wie gesagt, und Infos und der Link zur Box, wo ich aber nichts dran verdiene, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und das war es dann auch von mir. Ich bedanke mich für eure Zeit über den Kommentarlack, würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.